Mich wundert das nicht. So, wir sind auf der nächsten Map. Wir wechseln aber die Waffe und werden auf... Ähm... RPG gehen. Aber RPG kriegen wir nur bei... Versorger, ne? Ne. Welche Klasse... Wieso kann ich jetzt hier die Klassen der Waffe nicht aussuchen? Was willst du für eine Waffe? RPG. Will ich spielen. Also die schnellen Maschinengewehre. Warum? LMG. Oder was? Musst du Versorger spielen. Versorger, ne? Geht das nur, ne? Ja. Aber wieso kann ich jetzt das hier nicht auswählen? Ja, PG ist der Raketenwerfer. Leute, hä? Raff ich jetzt gerade nicht. So. LMG. Ne, die LMG wollte ich nicht. Scheiße. Ich wollte... PDW. Aber PDW gibt's nur bei Pionier. Richtig. Das ist ja scheiße. Alter, dann spielen wir Versorger diese Runde. Ne, Heiler wieder. Nein, Versorger. Wir machen diese Runde Versorger und spielen da auch... Äh... Spielen da, spielen da... Mal mit der Schrotfinde. Mit der QBS-09. So. Aber als Versorger. Um Munition zu besorgen. Könnte hier... Höh... Hier kommen wir gar nicht durch, Snow. Ne. Ich glaube, ich muss auch eine andere Waffe spielen. Eigentlich, ich pumpe halt voll die gute Waffe für diese Map, aber wenn sich das festfährt... ...kannst du damit gar nichts weißen. Ja, wir könnten jetzt durch den Keller gehen. Ich versuche mal durch den Keller zu. Ja, da wird's aber auch voll sein. Ja, aber da wirst du besser durchkommen wie hier. Scheiße, wie ging's denn nochmal in den Keller? Boah, ich hab die Map schon ewig nicht mehr gespielt. Hier geht's in den Keller. Boah, ich wasche da jetzt rein, Snow. Nein! Ja, die Waffe ist dumm, Leute. Ich werde wieder erste Hilfe nehmen und weiterhin auf die AK setzen oder QVZ oder was weiß ich. Weil... Ne. Versorger nehme ich und dann gehe ich auf die LMG und dann die Type 88 LMG. Hier, 200 Schuss Dauerfeuer. Ja, das ist sinnvoll. Noll, tot. Ich werde auch Waffe wechseln. Alter, Schwede. Wir laden mal sechs Schuss nach, ne? Weil uns die sechs Schuss fehlen. Aber hier ist ja gerade nichts zu tun, ne? Alter. Keller ist scheiße. Ich gehe nach oben. Boah, die sind schon... Die kommen schon durch den Keller hier hoch. Hä? Ich stehe doch hier die ganze Zeit. Ach, da. Kommt doch, kommt doch! Ich bin John-Klone von Dun. Aber ich wüsste nicht. Ne, John-Wembo. Sehr schön. Ich habe gar kein Fahnenkreuz. So, jetzt habe ich wieder. Kommt oben durch. Alter, was geht das jetzt hier ab? Das ist ja Metro-Light. Yeah, Multi-Kill. Lol. Einfach voll reinrotzen, Leute. Sonst nichts. Doch, wir können unten durch, Schnau. Das glaube ich nicht. Doch, wir sind unten drin. Wir sind unten drin. Wurde es befördert. Sehr schön. 41. Wurde ich vorhin schon, aber egal. Alter, mit dem Ding triffst du ja gar nichts, ne? Alter, du rotst da drauf. Und bis die Kugeln da ankommen, ist wirklich Sonntag. Also, das ist nichts für mich. Wir wären bei Spawn. Und Snow ist tot. Und da draußen. Oh, locker auf 64. Krank. Ja. Das ist jetzt mal richtig heftig. Oh, da habe ich die falsche Knöpfe mal wieder gedrückt. Nein, ich war um bei dir und bin sofort wieder tot. Alter, das ist doch gerade unnormal, oder? Also, die Map habe ich auch noch nie mit 64 Leuten gezockt. Ja, vor allem dann auch noch mit Explosives und allem, ne? Das ist... Ja. Gar nicht. Junge, 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 Junge. Aber ziehen wir durch. Ziehen wir durch. Jawohl. Wohl bemerkt, zweiter Killers. Ja, stellt ihn doch da nicht vor mir. Habe ihn aber noch geholt. Hei, 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 hei. Da habe ich ihn aber noch weggerotzt. Jetzt fangen sie an, uns am Spawn wegzukicken hier. Ihr bei den anderen beiden Spawn. Bei D. Ja. Wir bekommen gleich Besuch. Alles frisst die. Wohin's noch? Hier Richtung... Richtung Gegner. Also, ist egal, in welcher Richtung... Aua, 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 aua. Ich bin tot. Die kommen von draußen rein. Nein, ist schon tot. Äh, ich fass es nicht. Er ist das übel hier. Also, ich muss wirklich sagen, 64 Slot. Das erinnert dann schon sehr an Metro Light. Oh, Snow ist tot. Ui, da haben sie dir wohl gerade das Gehirn weggeschissen. Das ist das übel hier. Alter, halt das... Von oben, ey. Aber wir wurden hier natürlich auch noch nie so platt gemacht. Das muss man jetzt ja auch mal sagen, ne? Aber das gehört halt dazu. Oh, Alter. Das brauche ich bei uns. Ich kriege hier gleich einen rein. Ich bin nur am Sterben. Oh, was macht der eigentlich bei uns? 24 Fiat, was macht der? Keine Ahnung. Wahrscheinlich schicken. Und ich gehe nach draußen. Ja, Licht. Ne, draußen komme ich gar nicht klar. Boah, mal probieren. Wenn wir keiner snipert, geht es ja. Ja. Okay, die haben wir gekirrt. Oh! Wieso sind die denn jetzt auf einmal da? Ja, der Snow rockt. Nee. Du bist aber auch schon wieder ganz schön weit oben. Naja, hier kriegen wir jetzt den richtigen Arsch voll. Also das muss man jetzt gerade wirklich mal sagen. Also... Das ist ja mal den übelsten Arsch voll, den wir jetzt hier gerade kriegen. Ey, das gibt's doch nicht. Du hast mir meinen Arsch gerettet, Doc. Hallo, dein Arsch-Rettet-Dog. Gerne, Snow. Ich finde die Sprüche einfach geil. Scheiße, Jesus, steh mir bei. Genau. Das ist so krank, ne? Wenn du dir das überlegst, Alter. Nein, meine Waffe ist leer. Na, Double Kill. Und ich wurde wiederbelebt. Das nenne ich Service hier. Leute, was geht das hier ab? Alter, schlüge. Nein, ich bin tot. Mir wird gerade ganz anders beim Spiel hier. Action pur. Ich glaube, Leute, so viel Action habt ihr in den ganzen Folgen bei uns noch nicht gesehen. Weil wir einfach nie so gespielt haben. Ja, ist einfach Info-Uni, das geht total ab. Ja. Ja, gut, auf dieser Map ist ja eh immer Info-Uni, aber... Ja, aber es nimmt auch keiner jetzt den Granatenwerfer. Also, ich hab noch keinen Granatenwerfer fliegen gesehen. Äh, ich hitze so auch nicht. Alter, das kann doch jetzt nicht sein. Bin ich noch... Ach, der hat da direkt da gelegen. Ah, ich bin hinter denen. Nein! Es gibt nichts Geiles, als mit der Pumpe hinter denen zu schicken. Und dann triffst du nicht, ne? Doch, ich hab drei mitgenommen. Aber das waren zu viele. Irgendjemand hat sich dann doch umgedreht. Okay. Alter, von wo? Warum sind die denn da? Oh, von draußen auch noch, ja. Da geht übelst ab. Das muss ich jetzt echt sagen. Ne, die sind irgendwie komplett auf der falschen Seite, die Gegner. Ja, ich bin total durcheinander grad. Ja, du musst dich einfach immer umdrehen. Die sind immer hinter dir. Ja, irgendwie schon, also... Läuft schon wieder tot jetzt von drinnen. Du wirst von draußen erschossen. Ich werde wiederbelebt. Ist ja auch toll. Rennst rein, kriegst den nächsten Headshot. Also geh nicht rein, da warten die nächsten Gegner auf dich. Habe ich. Oh, sauber. Nur noch sechs live. Ich 22. Oh nein, wieder von hinten. Ah, du... Kurde, jetzt friss die Granaten und halt die Schnauze. Draußen ist auch übel. Das ist halt 64er-Server, da sind sie überall, ne? Ja. Stirb! Oh! Entschuldig. Ja, mach das. Hol mich! Oh, tot! Ich bin Jumping gekommen. Bei mir ist die HE explodiert. Dafür bist du höher geflogen. Durch die Explosion. Durch die Explosion. Lol. Rocket Jump von Quake 3. Kranke Scheiße. Da scheint ein feindlicher Soldat zu sein. Öst nicht deiner Position. Hör jetzt Granatenwetter, ihr Ärsche. Achtung. Einstück, die Eko wurde neutralisiert. Wir nehmen die Hilfe. Wir nehmen... Wow, von unten. Wo bist du? Himmel, Arsch und Sven, diese Sprüche, ne? Das ist... Ah... Ich guck mal draußen. Okay, draußen ist alles klar. Mir juckt die Nase. Entweder es gibt Geld oder ich krieg einen drauf. Alter, ich seh die nicht. Ich muss mein Gamma höher stellen. Ich seh sie nicht. Dann siehst du, draußen stimmt gar nichts mehr. Ja, aber das ist... Ja, die richtige Einstellung für diese Map ist immer ein bisschen schwierig, finde ich. Ich hab mit Gamma und so, hab ich auch noch überhaupt nicht rumgespielt. Na, ich muss ja alles ein bisschen heller stellen für die Let's Plays. Weil Fraps sind manchmal immer etwas dunkler auch. Alter, hinter dir! Links, 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 links! Der ist jetzt weggelaufen. Ich bin tot. Ich bin runtergefallen, im Kampf gefallen. Hä? Wie geht das denn da in der Ecke? Ja, keine Ahnung. Na gut, Regenbohr... Ich hinterfrage sowas nicht mehr. Nein, das ist, glaube ich, auch nicht sehr... Ja, da kommen noch zwei. Da oben sind noch mehr. Nein! Alter, so viele, ja? Abartig, ja. Welche Waffe habe ich jetzt eigentlich? Ich treffe damit gar nichts. Ich würde jetzt mal Pionier nehmen. Auf der Map funktioniert das nicht. Und gehe auf die P90. So. Ab nach C. Ja. Ich warte, bis E eingenommen wird. Versuche ich wieder hinter die zu kommen. Oh, wie sie alle nur mit Pumpe laufen, ne? Nur. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. Ich habe noch nie mit Pumpe in Battlefield gespielt. In Battlefield 3 mal ganz kurz, so ein bisschen. Aber das war es dann auch. Wir nehmen auch einfach mal hier die Schrotflinte. Gehen mal nach Snow. Und probieren hier auch einfach mal mit Schrotflinte zu spielen. Heidliches Netzwerk ist ausgefallen. Jetzt den Angriff pushen. Jetzt den Angriff pushen. Ja, meine Mama. Meine Hose rutscht schon. Probieren wir mal mit Schrot zu spielen. Ey. Komm. Alter, ich kriege sofort einen Headshot. Nur weil der Parkpenner da auf dem Boden liegt und seine 200 Schuss durchknallt. Das kann nicht wahr sein. Ja, die warten schon darauf, dass wir jetzt von hinten kommen. Ja. Wieso habe ich da bei Stunden... Ach so, ich habe Karabiner durchgespielt, aber nicht Sturmgewehre. Ach so. Hast du Sturmgewehre auch schon fertig, Snow? Ja, ich habe alles fertig, bis auf DMAs und Pumpe. Okay. Okay. Was hast du bei Karabiner am liebsten gespielt? Nee, bei Sturmgewehre. Bei Sturmgewehre. A-C-E-23. Ach, die kommen aber ziemlich spät, ne? Ja, die brauchst du für... Expert Assault... Nee, Assault, Expert irgendwas. So ein Auftrag ist das. Dafür kriegst du die. Boah, nein! In die Höhle des Löwen. Von ins Westen-Westen. Alter! Was mache ich denn jetzt, Leute? Jetzt stelle ich mich aber gerade ein bisschen doof an hier. Oh, die Runde ist beendet. Jetzt habe ich gerade... Endlich finde ich eine normale Map jetzt. Ja. Ja, aber ich habe mich auch gerade ein bisschen doof angestellt. Also muss ich jetzt bald ganz ehrlich sagen. Nur auf diese Map komme ich gar nicht klar. Das ist, glaube ich, einer der wenigsten Maps, die wir je gespielt haben, ne? Oh, ich habe schon ein bisschen Operation Locker gespielt. Ja, aber wenn du jetzt alle Maps nimmst, die wir gespielt haben, ist das hier echt die wenigste. Oh, zurückgebeamt. Ai, 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 ai. 40 Minuten. Naja, das stimmt eh nie. Die Restzeit von 60, 20 Minuten gegen die Spielzeit. Geht ja. Geht ja, geht ja. Ja, Level 41 haben wir vorhin mitgekriegt. Ich sage immer wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde. Bis zur nächsten Runde.